Im indischen Dorf Kairi ereigneten sich dramatische Szenen. Ein 60-jähriger Mann wird von einer Leopardin angegriffen. Verängstigte Nachbarn filmen den Kampf und versuchen das Tier mit lautem Geschrei zu vertreiben. Schließlich gelingt es dem Mann, die Wildkatze mit einem Stock in die Flucht zu schlagen. Medien berichten zufolge war das Tier mit seinem Nachwuchs in das Dorf gekommen. Insgesamt drei Menschen hat die Leopardin angegriffen. Als die Polizei eintrifft, ist das Tier allerdings schon längst verschwunden. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017